Hey Leute und herzlich willkommen zum ersten Tutorial hier auf diesem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie man eine REST API mit Spring Boot entwickelt. Dieses Video richtet sich eher an Anfänger und deckt erstmal die Basics ab. Ich werde zuerst darauf eingehen, was eine REST API eigentlich ist, was Spring Boot ist und zeige euch danach, was ihr alles braucht, um eure Entwicklungsumgebung einzurichten. Und danach legen wir auch schon direkt los. Ihr könnt also wirklich mitprogrammieren und das 1 zu 1 so nachbauen. Kommen wir erstmal dazu, was eine REST API überhaupt ist. Das API steht für Application Programming Interface und beschreibt eine Schnittstelle. Und die REST Architektur beschreibt einen Ansatz für verteilte Anwendungen und deren Kommunikation in einem Netzwerk, beispielsweise ein internes Intranet oder das World Wide Web. Es geht also darum, die Benusserschnittstelle außen vor zu lassen und wir betrachten wirklich den Anwendungsfall, wenn zwei Maschinen untereinander kommunizieren. Kommen wir nun zu Spring Boot. Spring ist ein Open Source Framework für Java. Dabei haben wir sehr viele modulare Komponenten, die wir je nach Bedarf einsetzen können. Spring hat den Vorteil, dass wir damit übersichtlichen und effizienten Code schreiben können, beispielsweise durch Methoden wie Dependency Injection, aspektorientierter Programmierung und vielen anderen Paradigmen. Spring Boot auf der anderen Seite vereinfacht den Umgang mit Spring, dadurch, dass wir viele Abstraktionen haben und sehr wenig konfigurieren müssen. Es funktioniert also sehr vieles out of the box. Kommen wir nun zu unserem kleinen Projekt. Im Endeffekt werden wir einen simplen Web Service erstellen, der die Darstellung von Kundendaten ermöglicht. Wir haben also einen Endpunkt, der uns eine Liste aller Kunden im JSON-Format ausgibt. In diesem Tutorial geht es also darum, einmal Spring einzurichten und so die Grundlagen zu setzen, womit ihr danach dem Video diesen erweitern könnt. Ihr dürft nicht vergessen, dieses Video richtet sich für Anfänger und dementsprechend möchte ich den Umfang nicht zu groß halten. Kommen wir nun dazu, was ihr alles braucht, um hier mitentwickeln zu können. Ich verwende die IntelliJ Community Edition. Das ist eine Entwicklungsumgebung für Java, die ihr kostenlos im Internet bekommt. Anschließend braucht ihr natürlich das Java Development Kit. Ich habe euch in der Videobeschreibung verlinkt, wo ihr das herbekommt. Und ihr müsst Maven installieren. Das kann ein bisschen komplex sein. Ich habe euch dazu ebenfalls ein gutes Tutorial in die Beschreibung gepackt. Da wir mit Datenbanken arbeiten werden, um unsere Daten abzuspeichern, braucht ihr eine MySQL-Datenbank auf eurem Rechner. Das könnt ihr am besten mit XAMPP umsetzen. Um am Ende mit unserem Web Service zu interagieren, werde ich Postman verwenden. An sich geht das aber auch ganz normal über den Browser. Es ist einfach nur ein bisschen schöner, das über Postman zu machen. Und sobald ihr das alles installiert und lauffähig habt, könnt ihr eigentlich mit dem Tutorial starten. Deswegen viel Spaß. Als erstes müssen wir unser Projekt erstellen. Und das machen wir am besten mit dem Spring Initializer. Weil das bietet uns eine Benutzeroberfläche, wo wir unsere Dependencies erstellen können, um dann ganz einfach das Projekt zu generieren. Wir haben hier mal die Auswahl, ob wir Maven oder Gradle als Dependency Management haben wollen. Wir nehmen Maven, wir programmen in Java und benutzen die Version 2.4.5. Anschließend müssen wir hier unseren Packagenamen angeben, wie das Programm heißt. Ich nenne es einfach mal Customer API und die Description können wir einfach so lassen. Anschließend drücken wir auf Add Dependencies und suchen uns hier raus, was wir brauchen. In dem Fall brauchen wir einmal Spring Web, damit wir eben hier RESTful Applications erstellen können. Dann am besten noch Steuerung gedrückt halten, damit wir mehrere hinzufügen können. Anschließend brauchen wir noch Spring Data JPA, damit wir das mit unserer Datenbank hinzufügen können. Und den MySQL Treiber, damit die Datenbankverbindung auch funktioniert. Sprich, das sind unsere drei Abhängigkeiten, die wir brauchen. Und wenn wir die hinzugefügt haben, drücken wir auf Generate und dann wird das Projekt heruntergeladen. Ich habe das Projekt jetzt mal entpackt, habe die IntelliJ Community Edition geöffnet und ziehe das jetzt einfach hier rein, um das Projekt zu öffnen. Wir vertrauen dem Projekt und dann wird es gestartet. Jetzt müssen wir noch kurz warten, bis alle Dependencies resolved werden und alles geladen wird, damit wir uns hier das Projekt anschauen können. Um jetzt zu überprüfen, ob die Applikation lauffähig ist, sprich ihr Maven, ihr Java und so weiter richtig eingestellt habt, gehe ich hier in die Customer API Application Klasse, drücke hier auf diesen Pfeil und sage, ich möchte das Programm laufen lassen. Und wenn jetzt nach kurzer Zeit sich hier das Terminal öffnet und ihr den Spring Boot Starter Screen seht, dann habt ihr alles richtig gemacht. In unserem Fall hat es funktioniert, Spring wird gestartet, allerdings crasht die Anwendung, weil wir noch keine Datenbank hinterlegt haben und darum kümmern wir uns jetzt. Um jetzt eine Datenbank zu hinterlegen, müssen wir erstmal eine erstellen. Ich habe euch ja vorher gesagt, ihr könnt XM verwenden, um eine lokale MySQL Instanz zu starten. Ich benutze in meinem Fall Laragon, was basically das gleiche ist, nur speziell für die Entwicklung mit Laravel. Spielt aber hier keine Rolle. Als Datenbank-Client benutze ich HeidiSQL, ist ein guter Client, aber ihr könnt alles benutzen, was ihr vielleicht schon kennt. Ich drücke dann hier rechts auf Lokal, sage Neu erstellen und ich möchte eine neue Datenbank erstellen und sage einfach mal Customer API Tutorial. Drücke dann anschließend auf OK. In dieser Datenbank werden wir aber noch nichts erstellen, also keine Tabelle oder sonstiges, weil das Spring Boot für uns übernehmen wird. Damit jetzt Spring die Datenbankverwaltung für uns übernimmt und wir durch Java-Klassen unsere Datenbank-Tabellen darstellen können, müssen wir eine sogenannte Entity erstellen. Ich erstelle also hier ein neues Package, nenne das Entity, damit wir das schön organisiert haben und sage hier, ich möchte unseren Kunden abbilden, unseren Customer. Bei diesem Customer fügen wir jetzt die Annotation Entity hinzu von dem JavaX Persistence Package, was einfach sagt, hey, das ist eine Datenbank-Entität. Unser Kunde wird drei Felder haben. Wir haben einmal eine ID, also eine eindeutige Nummer, die es nur einmal in der Tabelle gibt, damit wir diesen Kunden eindeutig identifizieren können. Und anschließend haben wir noch einen Vornamen und einen Nachnamen. Wir brauchen diese ID, weil der Vorname und der Nachname ja theoretisch doppelt vorkommen kann und wir dann nicht wissen, welcher Kunde jetzt wer war. Sprich, ich füge erstmal die Felder hinzu. Dazu sage ich einfach, okay, ich habe hier eine ID, die der Datentyp long ist. Man könnte auch Integer verwenden, aber ich verwende einfach immer Longs. Anschließend noch FirstName und LastName. Ich programmiere immer auf Englisch, das hat sich bei mir einfach so eingebürgert. Jetzt müssen wir für Spring noch definieren, dass es sich hier bei diesem Feld um eine ID handelt, also um ein eindeutiges Attribut. Das machen wir mit der ID Annotation. Jetzt müssen wir noch definieren, wie diese ID generiert wird. Man kann das entweder manuell machen oder wir lassen die Datenbank für uns arbeiten, indem wir das Ganze als Auto-Inkrement definieren. Das heißt, sobald ein Kunde erstellt wird, sorgt MySQL automatisch dafür, dass eine neue ID hinterlegt wird. Und das machen wir mit dem sogenannten Generated Value und geben als Strategie dahinter dann an, mit STRG-Leertaste ausgewählt, was wir eingeben können, Identity. Das ist jetzt vielleicht für den ersten Blick ein bisschen weird so, hey, okay, warum müssen wir das Ganze angeben? Das kommt aber Stück für Stück, ich wusste das am Anfang auch nicht so wirklich. Ich habe nur gesehen, es funktioniert und war damit zufrieden. Jetzt müssen wir noch die Datenbankverbindung hinterlegen. Dazu gehen wir unter Resources, auf Application Properties und ich habe hier mal was vorbereitet. Und zwar haben wir hier vier Konfigurationszeilen. Die erste Zeile gibt an, mit welchem URL, mit welchem Port, mit welcher Datenbank wir unsere Datenbank erreichen können. Danach müssen wir unseren Username, unser Passwort angeben. Das wird bei jedem individuell sein. Bei so einer Standard-XAMP-Installation ist das meistens Root als Benutzername und Passwort ist leer. Und anschließend müssen wir hier definieren, wie mit der Data Definition Language von der Datenbank umzugehen soll. In dem Fall sagen wir, dass Spring bei jedem Programmstart die Entitäten neu erstellen soll, also das Datenbankschema neu erstellen soll und die vorherigen Daten löschen soll. Im Endeffekt gibt es verschiedene Werte, die wir benutzen können, je nachdem, was wir brauchen. In unserem Fall habe ich gesagt Create Drop, weil einfach immer alle Daten gelöscht werden sollen, weil wir vielleicht Änderungen dran nehmen. Wir können das aber vielleicht auch später umändern, sobald es einmal funktioniert, dass es nur noch das Schema updaten sollte, sobald wir irgendwelche Änderungen vornehmen. Wenn ich also jetzt die Customer API starte und warte, bis das alles geladen hat und anschließend mir die Tabelle anschaue, dann sehen wir hier, dass in der Datenbank die Customer-Tabelle erstellt wurde. Und wenn ich da draufklicke, haben wir hier unsere Felder. Wir haben unsere ID, der als Primary Key definiert wurde, mit einem Auto-Inkrement. Wir haben den Vornamen und den Nachnamen. Und ihr seht direkt, dass Spring die Variablen-Namen direkt umsetzt, so wie man es normalerweise nach MySQL-Konventionen macht. Nämlich mit Unterstrichen und alles kleingeschrieben. Damit wir jetzt mit der Datenbank interagieren können, müssen wir für unseren Customer ein sogenanntes Repository erstellen. Das Repository ist ein Interface, was uns einige Methoden bereitstellt, damit wir eben Queries an die Datenbank schicken können. Dazu erstelle ich mir hier ein neues Package. Ich sage einfach Repository und erstelle dann hier eine neue Java-Klasse, wähle hier Interface aus und sage Customer-Repository. Und hier müssen wir dann eine Klasse extenden. Wir erben dann von einer Klasse, die sich JPA-Repository nennt. Die wird von Spring bereitgestellt und hier übergeben wir einmal unsere Entität, also in dem Fall der Customer, und welchen Datentyp wir als Primärschlüssel verwenden, in dem Fall Long. Und wenn ich jetzt mal hier mit Steuerung links reinklicke in dieses JPA-Repository, dann sehen wir schon, dass wir hier einige Methoden bereitgestellt bekommen, womit wir mit der Datenbank interagieren können. Wir sehen hier dieses komische T, das sind Generics. Das bedeutet einfach, dass das eine beliebige Klasse sein kann, die wir hier einfügen, in unserem Fall der Customer. Und im Endeffekt war es das auch schon. Dadurch, dass die Dependency Injection bei Spring so eine große Rolle spielt, können wir dieses Customer-Repository später in unserem Controller einfach einfügen und auf diese Methoden dann zugreifen. Und das sage ich euch jetzt. Wir brauchen unseren Controller, damit wir unsere Endpunkte bereitstellen können, damit ein Client, wie zum Beispiel ein Browser oder wir später mit Postman, auf unsere Endpunkte zugreifen können, damit diese Daten bekommen. Das heißt, ich erstelle wieder ein neues Package, sage einfach Controller und nenne diesen Controller anschließend Customer-Controller. Ihr seht hier also auch einen roten Faden, Customer, Customer-Repository und Customer-Controller. Hier gebe ich dann per Annotation an, dass es sich um einen REST-Controller handelt. Es gibt nämlich bei Spring auch Controller, womit ihr dann zum Beispiel irgendwelche Templates rendern könnt für eine Web-Anwendung. Das ist aber bei uns nicht der Fall. Anschließend definiere ich eine Methode, die es sich nennt Public-List. Und in dieser List übergeben wir einen Customer. Ich nenne sie einfach mal Index, weil wir da quasi alle Kunden auflisten. Hier wird mir jetzt vorgeschlagen, dass ich die Liste importieren soll. Ich drücke einfach Alt-Eingabe. Zack, mache hier die Klammern und definiere unsere Methode. Jetzt ist allerdings die Frage, okay, wie kommen wir an unsere Kundendaten ran? Erinnert euch daran, was ich vorhin gesagt habe. Wir brauchen die Dependency Injection. Das heißt, wir definieren jetzt erstmal als Klassenvariable unser Customer-Repository, worauf wir später zugreifen wollen. Und die Dependency Injection bei Spring funktioniert jetzt so, dass wir einfach sagen können, hey, wir brauchen unserem Customer-Controller ein Konstruktor. In diesem würden wir das Customer-Repository übergeben. Ich habe übrigens gerade Alt- und Einfügen gedrückt auf der Tastatur, damit ich hier dieses Bedienpanel habe, wo ich dann einfach sagen kann, hey, ich brauche diesen Konstruktor. Und damit wird das dann funktionieren. Jetzt kann ich innerhalb dieser Methode auf unser Customer-Repository zugreifen, indem ich einfach sage, hey, ich returne hier Customer-Repository und bekomme dann hier die Methoden vorgeschlagen, die bereits von Spring zur Verfügung gestellt werden. In unserem Fall wollen wir die Find-All-Methode, weil wir alle Kunden bereitstellen wollen, die wir in unserer Datenbank haben. Jetzt müssen wir noch definieren, wie diese Methode nach außen hin abrufbar ist. Ich sage einfach, dass das ein Get-Mapping ist und als Value haben wir quasi einen leeren Wert. Was wir jetzt noch machen müssen, am besten sollten wir noch einen Pfad angeben, in dem Fall hier Customer bei unserem REST-Controller, damit unsere Ressourcen eindeutig identifizierbar sind und damit es für den Client klar ist, aha, da finden wir die Customer. Wir müssen noch mal ganz kurz zurückrudern. Wir müssen den Pfad nicht im REST-Controller angeben, sondern wir müssen hier eine neue Annotation hinzufügen, zwar Request-Mapping. Wie der Name schon sagt, mappt er diese Requests zu einem gewissen Pfad und hier schreiben wir dann Customer rein. Kommen wir jetzt also nun zum entscheidenden Moment. Wir werden mal testen, ob das jetzt so funktioniert. Ich starte also einfach unsere Anwendung und warte, bis das läuft. Normalerweise läuft eine Spring-Anwendung standardweise auf Port 8080. Das heißt, ich rufe einfach localhost.8080.com auf und gucke, ob es funktioniert. Ich habe also hier den Browser, zack, und wie wir sehen, wir bekommen ein leeres Array zurück. Und das ergibt ja auch irgendwie Sinn, weil wir haben in unserer Datenbank noch keine Werte. Ich habe hier mal was vorbereitet, und zwar ein ganz kleines Skript, was uns drei Demo-Datensätze einfügt, den Max Mustermann, Thomas Müller und Manuel Neuer, weil mir kreativere Namen nicht eingefallen sind. Ich führe diesen Query also einfach mal aus und schaue mir dann hier in den Daten an. Okay, ich habe die jetzt in unserer Datenbank. Und wenn ich hier jetzt noch mal aktualisiere, dann sehe ich, okay, wir haben so drei Objekte drin, aber irgendwie noch keine Werte. Und das hat einen ganz besonderen Grund. In unserer Customer-Entität haben wir zwar hier die Variablen definiert, die Klassenattribute, aber für Java ist es ja bekannt, dass wir Getter und Setter-Methoden setzen müssen, weil ansonsten das Programm nicht auf diese Variablen zugreifen kann, weil diese private sind. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal Enter drücken, Alt und Einfügen, weil IntelliJ sagt uns ganz einfach, hey, wir können hier Getter und Setter generieren. Ich mache STRG A und sage einfach, okay, dass hier für jede Variable ein Getter und ein Setter generiert werden soll. Danach drücke ich hier einfach auf Run, sage hier, ich möchte es anhalten und rerunnen. Jetzt haben wir noch das Problem, das werdet ihr gleich sehen. Dadurch, dass wir hier Trade und Drop stehen haben, wenn ich jetzt die Datenbank wieder aufrufe, werdet ihr sehen, dass unsere Daten weg sind, weil wir ja wie gesagt definiert haben, ey, bei jedem Neustart bitte einmal die Datenbank komplett löschen. Das werden wir jetzt auch schnell ändern, indem wir einfach sagen, Update, damit wir unsere Daten behalten. Ich füge hier also unsere Query nochmal aus, schaue hier, ich habe die Daten drin und wenn ich jetzt unseren Endpunkt nochmal aufrufe, dann sehen wir hier wunderbar, unsere Daten werden uns im JSON-Format angezeigt. Wir haben den Max, den Thomas und den Manuel. Ich habe jetzt hier nochmal Postman geöffnet, um euch den Unterschied zu zeigen. Das ist quasi eine, ja wie fast schon Entwicklungs- und Testumgebung für Webschnittstellen. Und wenn ich jetzt hier den Request ausführe, dann bekomme ich hier das JSON in einem organisierten Format zurück, damit das auch ein bisschen leserlicher ist. Es gibt auch Browser-Add-ons, damit das hier genauso passiert, aber hier können wir dann zum Beispiel auch sagen, anstatt ein Get-Request, wo wir mit Post, Put, Patch und so weiter machen, das ist dann wichtig, dass ihr sowas euch herunterladet, wenn ihr ein bisschen weiter an dieser Schnittstelle entwickeln wollt. Und das war es im Endeffekt auch schon mit diesem Tutorial. Es kann sein, dass vieles jetzt überwältigend kam und man noch nicht genau so zuordnen kann, warum man jetzt genau etwas ausgeführt hat. Aber das ist völlig normal. Das ging mir am Anfang auch so. Ich war einfach nur glücklich, dass etwas funktioniert hat und ich zum Beispiel mir eine Liste von Kunden ausgeben konnte. Von diesem Standpunkt aus könnt ihr weiterentwickeln. Ihr könnt euch zum Beispiel überlegen, hey, wie kann ich denn einen Kunden erstellen über einen Endpunkt? Wie kann ich einen bearbeiten oder löschen? Und wie funktioniert das mit Validierung, dass da auch ja niemand irgendwelchen Stoß eingibt und irgendwie sicherheitstechnisch und vielleicht sogar irgendwelche Tests hinzufügen? Ich habe auf meinem GitHub-Profil aktuell ein Projekt, was ich im Rahmen der Universität erstelle. Wobei, na gut, ich bin an keiner Uni, ich bin an einer Fachhochschule. Und zwar haben wir hier eine Customer API, die das Ganze jetzt ein bisschen weiter spinnt. Das könnt ihr euch gerne mal in aller Ruhe anschauen und lasst euch davon nicht überwältigen. Aber das zeigt, wie weit man so ein Projekt treiben kann. Das heißt, wir haben hier noch eine Serviceabstraktion. Wir haben hier gewisse Paging, wir haben hier API-Dokumentationen und so weiter. Dass, wenn ich zum Beispiel hier eine Liste von Kunden ausgebe, ich zum Beispiel ein organisierteres Konstrukt habe, wo mir hier die Inhalte angezeigt werden, wo ich nach gewissen Feldern sortieren kann, wo mir angezeigt wird, okay, wie viele Elemente gibt es denn, wie viele Seiten und so weiter. Ich kann Kunden erstellen, ich kann sie mir einzeln anzeigen lassen, ich kann sie löschen. Ich benutze hier keine IDs, sondern Juju-IDs. Also da gibt es sehr, sehr viel, was man tun kann. Deswegen tobt euch aus bei Fragen. Helft euch gerne in den Kommentaren und schaut im GitHub-Repository. Das hier ist jetzt wirklich nur ein Tutorial gewesen, um mal so die Füße ein bisschen nass zu bekommen und so wirklich den ersten Schritt in diesen Gewässern zu tätigen. Ich bin heute mal wieder der metaphorische Boss. Ich habe mich ein paar Mal versprochen bei diesem Tutorials. Das war auch so das Erste auf diesem Kanal. Ich hoffe aber, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr an, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, das ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao. 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 Ciao.